hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja ich habe mir was bestellt und zwar bei autoward und zwar sind das karten von der wm serie ja und wenn ihr was mir zuschicken wollt könnt ihr das hier hin tun ja und was ich bestellt habe zeige ich nach dem intro ja dann zeige ich euch mal was ich mir bestellt haben bei ihm und zwar ein haufen karten die mir fehlen hier sind die bm karten aber gut hier verpackt das sieht man hier so einmal und dann hier nochmal legen wir mal auf die seite hier zack dann holen wir diesmal einen tesafilm das plappen wir mal hier dran hier ist nichts mehr dran das ist gut hier ist noch etwas dran ich glaube das hier sind base karten also mit den karten hier werde ich schon recht gut meinen so hier haben wir hier haben wir hier granit chaka von der schweiz dann haben wir michael lustig hier haben wir hier haben wir dann thielemanns hier haben wir hier nacho oder iha nacho keine ahnung hier haben wir Doppel Doppel Giroud und Friesmann hier haben wir Doppel Doppel Cavani und Suarez hier haben wir Icon Iniesta jetzt habe ich alle Icons hoffe ich doch mal hier haben wir Ericsson dann haben wir hier Icon Iniesta dann haben wir hier Icon Iniesta erstmal Kocorin das wäre der erste Stapel dann kommen wir hier zum zweiten hier haben wir Space Parallel Lukaku hier haben wir Venegras dann haben wir Urena dann haben wir hier Ispo hier haben wir Thomas Müller Lijesung Amrapat Lozano Luzano Barzenas Zopnin so das war das was ich bestellt habe und hier hatte ich mir glaube ich ein extra eingepackt schauen wir mal was er mir hier reingemacht hat das sieht ja mal nice aus hier 3D eine 3D Karte von Sören Larsen eine Ahnung ob man das so jetzt richtig sieht sehr cool was haben wir hier noch das hier scheint von den Dinos zu sein von Jurassic World oh hier eine halbtransparente cool sieht der Hammer aus und hier haben wir irgendwie ein Unterteil von einem Dino oh da muss man einen neuen Karten und ich habe hier die letzte so da hat er mir noch zwei Sticker hier reingemacht die Schweiz Mannschaftsporträt und hier Lichsteiner na ja ja das war die Bestellung bei Autoward könnt ihr einmal vorbeischauen er hat einen Instagram Account kann ich euch gerne mal zeigen ein Augenblick hier wenn man das überhaupt sieht sieht man nicht schade man erkennt es nicht tut mir leid aber ich kann es euch ja mal hier hin packen hier hin oder hier oben keine Ahnung ja wie ihr seht green screen wird immer besser fällt nur noch das Licht von vorne hier für mein Gesicht ist noch nicht so toll das kommt noch auf jeden fall habe ich jetzt hier und hier so helle Lichter ich denke mal es sieht schon besser aus jetzt wie vorher ja wenn es euch gefallen hat das Video dann gibt mal einen Daumen hoch und falls ihr noch kein Abonnent seid dann könnt ihr es kostenlos tun ich würde mich sehr darüber freuen ja schaltet wieder ein beim nächsten Video und Ciao